Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls mit eurem Inferno. Jawohl, beim letzten Mal sind wir hier ans Leuchtfeuer gegangen, zum nächsten Leuchtfeuer, wo auch dann die Gargoyles demnächst auf uns warten. Und da unten ist der Schmied, wir haben aber keine Seelen mehr, das heißt wir brauchen da eigentlich gar nicht hin. Ja, jetzt gucke ich mir mal die Ausrüstung an. Genau, wir wollen ja das Schwarzritter-Großschwert. Da brauchen wir nicht mehr allzu viel. 17, 16. Okay, ich denke eigentlich nach den Gargoyles sollte das erledigt sein. Das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist, wir werden uns es ja nicht schwerer machen, als es eh schon ist. Also werde ich jetzt erstmal die Menschlichkeit zurückerlangen. Ich muss bloß mal kurz nach der Aufnahme gucken, wartet mal ganz kurz, liebe Freunde. Genau, so, dass auch die Framerate passt, weil ihr wisst ja beim ersten Video, da hat es mit der Framerate nicht so hingehauen. Ähm, und das versuche ich jetzt immer in jedem Video zu beheben. Und deswegen muss ich daher immer die Frames per Second ein bisschen im Auge behalten. Tut mir leid dafür. Okay. So, dann gehen wir auch direkt weiter. Und wir laufen jetzt gleich die Treppe hoch. Aber erstmal hier ein Sprung vor Freude. Und vielleicht können wir ja ein paar Kompadres mitnehmen, ne, auf den Kampf zum Glockengargoyle. Das wäre auf jeden Fall eine geile Sache. So, dann gehen wir erst zu dem Kumpel da hinten hin. Zack, zack, zack. Hey, Penner. So, und dann du jetzt. Hallo. Zack. Wow, nein. Das ist nicht fair. Alter. Komm auf dein Leben klar hier. So, und dann kommt der nächste Bengel. Wir sind dann Number One Undead, Alter. Verpiss dich. So. Okay. Normalerweise sollten jetzt hier weiße Symbole am Boden sein, dass wir mal Freunde rufen können. Aber es sieht schlecht aus. Nun gut. Dann wartet jetzt hier um die Ecke ein etwas dickerer Brocken. Mal gucken, ob wir den besiegen können. So. Wow, Alter. Ja, das scheint ein sehrer Kampf zu werden. Zack. Aber wenn wir da genüsslich außenrum laufen... Uh. Sollte auch der machbar sein. Ja, ja. Der will zuhauen. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir die Gegner da hinten nicht mit herziehen. Weil dann hätten wir echt ein Problem, Freunde. Aber ich glaube, der lässt ganz gutes Zeug fallen. Von daher... ...ist das eigentlich soweit ganz okay. Und schön langsam ist er auch. Das ist natürlich nur zum Vorteil für uns. Ist der zu schlecht... Oh. Jetzt wird aber schneller der Freund hier. Au. Mist, girl. Aber trotzdem muss er sein Stamina erst mal regenerieren. Zack. Okay. Uh. Alter. Jetzt boxt er gleich zweimal zu. Was geht denn ab mit dir? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Du kleiner Mist-Sack. Uh. Alter. Boah. Scheiße. Oh, Mann. Oh, 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 Freunde. Jetzt wird es ganz schön gefährlich hier. Aber zum Glück ist das ein Gegner, der nicht mehr wiederkommt, wenn man ihn besiegt hat. Aber es macht uns... Oh, ja, genau. Komm. Pfeif es dir rein. Jawohl, hast recht. So. Mist, zack. Oh. Und er schlägt zu. Und wir schlagen zu. Und er schlägt zu. Und er schlägt... Wahrscheinlich gleich nochmal zu. Mit dem Schild. Okay. Was Neues. Und wir haben ihn. Jawohl. Und eine kleine Scherbe. Und da müsste eine Feuerhüterseele sein. Ganz genau. So. Wir haben jetzt natürlich auch eine Abkürzung freigeschalten. Und zwar sind ja hier die Aufzüge. Und da kommen wir jetzt zum Feuerbandschrein zurück, wenn wir das möchten. Müssen wir nur hier drauf treten. Und dann... Ja. Kommen wir da zurück, ne? Okay. Das ist eine Stelle, die ich sehr hasse. Hm. Also nicht wegen dem kleinen Typen hier, sondern wegen dem, was danach kommt. Ihr hört schon dieses Geklinge. Da kommt so ein riesiger Magier, der uns quasi das Leben zur Hölle macht. Aber ihr werdet schon noch sehen. Leute, die selber spielen, wissen, oh Gott, diese Stelle ist scheiße. Und ich hau mir jetzt mal lieber in Estos rein. Ja, irgendwie halten die verdammt viel aus, die kleinen Mistsäcke. Vielleicht sollte ich mal mein Schwert verstärken. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Jawohl. Komm. Ja, na super. Ja, ja, ich greife nicht an, du Penner. Weil ich dann weiß, dass ich tot bin. So. Genau, und tschüss. Nein! Aber jetzt, und tschüss. Na also. Geht doch. Okay, super. So, jetzt versuchen wir mal, ein paar Untote hier reinzuziehen. Und da ist dieses fliegende Scheißviech, was ich gemeint habe. Und das macht echt verdammt viel Schaden. Und ich gebe diesen Untoten Pennern auch noch einen... einen Aggro-Bug. Äh, Bug sag ich schon. Aggro, ähm... Äh, Buff. Nicht Bug. Wieso sag ich Bug statt Buff? Ich weiß es nicht. Boah, Alter. Normalerweise sind diese kleinen Untoten eigentlich kein Stress für uns, aber... In diesem Fall sieht das ein bisschen anders aus. So, jetzt sollten wir aber eigentlich... Von denen alle haben. Und dann können wir uns jetzt um diesen dämlichen Magier kümmern. Und den am besten so schnell wie möglich platt machen. Kommt der nochmal hoch? Ja. Glaub schon. Na, komm mal. Hier. Freund Nase. Na? Möchtest du? Nein? Ich will den eigentlich nicht in so emmigen Terror bekämpfen. Na, super. Da castet er schon wieder, der kleine Mist-Sack. Der wartet wahrscheinlich da unten, bis wir kommen zu ihm. Aber gut, wenn er den Krieg haben will, kann er ihn haben. So. Hallo, du dämlicher Magier. Jawohl, weil mit Nahkampf kann der nämlich gar nicht gut umgehen. So, und da haben wir jetzt eigentlich so, damit das schwerste wir geschafft haben hier, auf dem Weg können wir jetzt eigentlich zurück zum Leuchtfeuer, uns die Estos Flakons wiederherstellen. Ja, das ist nämlich ganz, ganz wichtig, wenn ihr wirklich mal weitergekommen seid, sage ich mal, und ihr habt ein paar Estos Flakons verbraten. Also für die Bosskämpfe braucht ihr die definitiv alle. Wir könnten sie eigentlich direkt aufwerten. Ich weiß nicht. Ja, mal gucken. So. Wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder runter zu unserem Leuchtfeuer. Wir sind ja immer noch menschlich. Und jetzt bin ich am überlegen, verstärke ich die Waffe oder steige ich lieber auf? Ich gucke mal, was eine Waffenverstärkung kostet und dann steige ich vielleicht nochmal auf. Und da unten ist ein böser Dämon. Das sage ich euch auch gleich. Wir gehen da jetzt nicht rein. Nein, liebe Freunde. Ich möchte nicht sterben. Weil wir dafür noch viel zu schwach sind. Hallo, Schmied. Jawohl. Okay. Waffe verstärken. 200 Seelen. Ach, komm, hau rein. Jawohl. Und dann gleich nochmal. Wir haben noch eine kleine Scherbe. So. Jetzt macht das Ding auch etwas mehr Schaden. Sehr cool. Und ich glaube, wir können sogar noch einmal aufsteigen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann wehrt man die Rüstung noch auf. Aber wir haben keine Scherben mehr. Aber ich glaube, der hat welche im Verkauf. Wir werden es sehen. So. Ah, doch. Wir können aufsteigen und nehmen. Stärke. Aufwertung bestätigen. Ja. Und weiter geht's. So, jetzt haben wir noch acht Seelen übrig. Juhu. Damit können wir ganz große Sprünge machen, liebe Freunde. So. Wow. Jetzt geht's den Gargolz an den Kragen. Aber erstmal müssen wir hier nochmal hoch. Und den Weg nochmal gehen. Allerdings jetzt ohne diese dicken Brocken. Weil die haben wir uns ja schon gekrallt. So. Das heißt, es wird jetzt deutlich leichter, hoffe ich doch. Dopp, 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 dopp. Ich bin ein Untoter, ein Menschengestalt. Dopp, 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 dopp. Ganz genau. So. Wow. Dämlicher Mistsack. Ja, das schaut doch schön. Also der Schaden gefällt mir. Uh. Höhen Soldatenrüstung gucken wir uns gleich an. Ich glaube aber, die ist scheiße. Wobei ich sagen muss, dass Dark Souls ja eigentlich ein verdammt... Oh geil, ein Rufsymbol. Ähm, verdammt schweres Spiel ist. Und auch verdammt groß eigentlich. Aber... Mir sind persönlich... Ähm, noch gar keine Bugs aufgefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es kann mal sein, dass irgendwo ein Hänger ist, dies, das. Aber... Soweit ich das jetzt beurteilen kann... Und wir haben jemanden gerufen. Natürlich, nett wie wir sind. Verbeugen wir uns auch. Ah, okay. So. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Aber gut, das werden wir noch früh genug. Ich werde bis steinig wieder drauf kommen. So, jetzt gehen wir erstmal da hoch. Und dann jetzt den Glockengargäuils an den Kragen. Und das ohne zu fragen. Und er haut mit der Hellebade rein. Das ist doch geil. So. Okay. So, dann kommen jetzt hier wieder unsere untoten Freunde. Ich mache mal den Lochvogel. Hallo. Na, habt ihr alle Lust? Ja. Hä? Na, kommt schon. Ah, jetzt haben sie mich. Super. Jawohl, jetzt darfst du einen. Jawohl. Das nenne ich Teamplay, Freunde. Genau. Ich trete ihn noch ein bisschen zurück. So. So. Das. Regnet Seelen. So. Cool. Jawohl. Dann haben wir das erste schon wieder geschafft. Sonst müssten wir jetzt noch diesen blöden... Ja. Ja. Ähm. Diesen dämlichen... ...untoten. Das holen wir uns später. Ähm. Diesen dämlichen, untoten Magier dort holen. So. Und nochmal eins hoch. Kommt der auch? Ich hoffe, er ist für ihn, dass er kommt. So. Ach, Ritter Solaire. Kommst du? Hallo. Danke. So.